So, herzlich willkommen zu dem kleinen Unity AR Tutorial. In dem Tutorial geht es in erster Linie darum, die Pipeline zu erklären, wie man über Unity mit dem Plugin von Fuforia zu einer eigenen AR-App kommt. Das heißt, ich werde so ein kleines Intro in Unity geben, aber nicht in die Tiefe gehen, dann das Plugin Fuforia vorstellen und wie es funktioniert und dann eben die Pipeline, wie man zu einem Ergebnis kommt. Alles klar, legen wir los. Starten wir doch direkt mal mit Unity, indem wir den Unity Hub öffnen. Der Unity Hub ist so eine Organisationssoftware, mit der ich quasi die Unity-Installationen, aber auch die Projekte managen kann. Ich kann später abgespeicherte Projekte in Unity einer bestimmten Unity-Version zuweisen und kann dann auch Projekte mit älteren oder auf Basis von älteren Unity-Installationen, ich habe jetzt hier drei verschiedene Versionen installiert, also auf Basis von älteren Installationen öffnen und probieren bzw. aktivieren. So, wir sehen hier, ich habe drei Unity-Versionen installiert. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr installiert, nicht nur hier die Version auswählt, am besten die aktuelle Official Release und nicht irgendeine Beta-Version und dass ihr dann hier den Android-Support und hier die SDK, NDK-Tools und OpenGDK installiert, gegebenenfalls vielleicht noch den Web-Export. Brauchen wir jetzt nicht für dieses Tutorial, aber würde ich empfehlen, das direkt mit zu installieren, falls ihr was fürs Web später machen wollt. Meine aktuelle Release, die ich installiert habe, ist die 21.1.61, wie ihr hier seht. Es wäre natürlich gut, wenn ihr eine ähnliche Version jetzt installiert habt. Gut, dann gehen wir auf Projekte. Hier legen wir ein neues Projekt an, wählen 3D-Projekt aus und geben hier einen Namen ein. Ich wähle jetzt hier mal den Namen Unity-AR-01-Projekt und die Location für mich hier auf dem Desktop, einen Ordner, den ich angelegt habe. Gut, dann gehen wir auf Create. Jetzt wird das Projekt angelegt. Das Ganze dauert auch einige Sekunden, bis vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute. Und dann öffnet sich hier direkt Unity. So, ich werde dann jetzt mal auf die einzelnen Oberflächenelemente von Unity eingehen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Gut, wir starten mal damit. Also erst mal vorneweg. Unity ist natürlich ein 3D-Game-Engine. Das heißt, wir finden Komponenten und gewisse Tools, die wir auch in 3D-Programmen finden, wenn es auch kein wirkliches 3D-Programm ist. Also im Sinne von, wir können in Unity keine Objekte erstellen oder, ja, Objekte modellen oder so irgendwas. Das geht nicht. Unity ist ein reiner Game-Engine, mit dem man Objekte importiert und diese Objekte mit Interaktivität versieht, um eben, ja, Games, interaktive Apps oder sonst irgendwas zu erstellen. Unity an sich ist auch ein sehr umfangreiches Programm. Es hat also viele Komponenten, die man vielleicht hier gar nicht direkt sieht, die man aber zusätzlich installieren kann und womit man Unity erweitern kann. Und man kann viele unterschiedliche Dinge damit machen. Aber wie mit allen komplexen Programmen, je nachdem, was man tun will, liegt die Komplexität in der Aufgabe und nicht in dem Programm an sich. Das bedeutet, wenn man nur 5% nutzen will, dann ist es auch nur so komplex wie 5%. Ja, das ist ähnlich wie in Photoshop. Jeder, der Photoshop benutzt, weiß, es hat tausende von Funktionen, aber in der Regel benutzt man nur 5 bis 10% davon. Hier ist es genauso. Gut, gehen wir mal auf die Oberfläche ein. Das heißt, wir haben hier erst mal auf der linken Seite ein Hierarchiefenster. In dem Hierarchiefenster sehen wir immer alle Komponenten, die in unserer Szene, da kommen wir gleich dazu, zu finden sind. Die Szene in After Effects nennt sich sowas die Bühne. Das ist im Endeffekt unser Spielplatz, auf dem alles stattfindet. Hier haben wir jetzt standardmäßig zwei Elemente, die immer vorinstalliert sind. Einmal eine Kamera und einmal eine Lichtquelle. Ja, weil ohne Licht sehen wir ja in der 3D-Szene nichts. Die verschiedenen Elemente kann ich hier anwählen. Dann bekomme ich direkt hier solche, naja, solche Transformationswerkzeuge. Ihr kennt das vielleicht aus 3D-Programmen. Das heißt, wir können die Komponente hier nehmen und verschieben oder eben skalieren mit diesen Anfassern hier. Da kommen wir aber auch später nochmal dazu. Dann gibt es eben die Szenenansicht. Und die Szenenansicht zeigt quasi, naja, unsere 3D-Oberfläche. Das heißt, wir sehen hier, wie die Objekte in Bezug zueinander stehen, also wo sie stehen, gegebenenfalls wie groß sie skaliert sind und so weiter. Dann gibt es neben der Szenenansicht, in der ich die Objekte auch verschieben und verändern kann, gibt es hier die Game-Ansicht. Die Game-Ansicht ist im Prinzip der Blick durch die Kamera. Das heißt, wir sehen hier schon, diese kleine Vorschau, wenn ich die Kamera anwähle, entspricht genau dieser Game-Ansicht. Die Game-Ansicht ist letztendlich der finale Output. Das heißt, wenn wir später das Spiel oder die Anwendung starten, ist genau das die Ansicht, die der Benutzer sieht. Ja, und wir können natürlich hier entsprechend die Ratio, also die Seitenverhältnisse ändern, entweder fix festlegen oder wenn es fürs Web ist, kann das auch dynamisch sein und so weiter. Aber Fakt ist, hier ist das, was man letztendlich in der App sieht. Dann gibt es hier unten, gehen wir erst mal darauf ein, gibt es die Projekt oder diesen Projekt-Tab. In dem Projekt-Tab sehen wir zwei der Ordner, die wir in dem Unity-Folder finden. Ich gehe mal kurz hier in die Übersicht. Hier ist unser Unity-Folder, der sich installiert hat. Man sieht es hier, der Projekt-Folder. Und hier gibt es die beiden Ordner Assets und Packages. Die beiden sehen wir auch hier jetzt. Und in dem Package-Ordner, also im Endeffekt ist das ja hier so ein kleiner Windows-Explorer. Und wir können das hier aufklappen und da reingucken, was es hier so gibt und so weiter. Die zwei Pakete, die wir hier sehen, also die zwei Ordner, das ist einmal der Package-Ordner. Das sind die zusätzlichen Erweiterungen, die standardmäßig in Unity installiert wurden. Und wenn wir weitere Komponenten hier zufügen, um Funktionalitäten zu erweitern, dann erscheinen die in der Regel hier. Das andere ist der Asset-Ordner, beziehungsweise hier der Szenen-Ordner, in dem halt unser Projekt später gespeichert werden kann. Oder unsere Szenen, wenn wir mehrere haben. Dann werden die alle hier gespeichert. Wichtig ist, wenn ihr später irgendwelche Komponenten verschieben möchtet, also sprich, ihr habt verschiedene Dinge, die ihr importiert habt, und ihr möchtet die in andere Unterordner verschieben, immer nur hier innerhalb von Unity verschieben und niemals hier in diesem Ordner. Sonst verliert das Programm gegebenenfalls die Verknüpfungen und dann stürzt das ganze Programm ab. Okay, kommen wir hier zu diesem Teil, habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn man hier auswählt, verändern sich hier diese Ansichten. Das hier ist der Inspektor. Jedes Objekt, das in Unity drin ist oder importiert wird, beziehungsweise nicht importiert wird, sondern jedes Objekt, was wir auf die Bühne bringen, also in die Szene reinlegen, hat hier gewisse Eigenschaften. Es gibt eine Komponente hier, nämlich die Transformationskomponente, die ist überall gleich, egal bei welchem Objekt. Das ist auch logisch, weil jedes Objekt, was in einer 3D-Szene, in dem 3D-Raum drin ist, braucht ja logischerweise eine Position und es braucht gegebenenfalls eine Rotation und eine Skalierung. Und deswegen ist diese Komponente immer gleich. Alle weiteren Komponenten, und Komponenten nennt man eben diese Elemente, aus denen sich dieses Objekt zusammensetzt, alle anderen Komponenten, die sind unterschiedlich. Man sieht hier auch schon, die Kamera hat eine Kamerakomponente und dann noch so ein Audio-Listener. Die Lichtquelle hat eben eine Lichtkomponente. Und unsere Lichtkomponente besteht natürlich aus vielen verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel hier oben den Lichttyp. Wir haben jetzt hier ein paralleles Licht eingestellt, also eine Art Sonnenlicht, und wir können jetzt hier einfach auf Spotlight umschalten und dann ändert er hier, wie man hier links sieht, die Lichtquelle zu einem Punktlicht, also mit einem kegelförmigen Lichtverlauf. Und so hat es für jede Komponente, für jedes Objekt, wollte ich sagen, viele verschiedene Komponenten, in denen man wieder viele verschiedene Eigenschaften einstellen kann. Jetzt aber nicht davon abschrecken lassen, also Leute, die 3D-Programme kennen, wie gesagt, sind das gewohnt, dass es viele Objekte und viele Eigenschaften gibt, die man einstellen kann, aber zum Beispiel bei 3D-Objekten an sich ähneln sich natürlich die Komponenten sehr stark. Das heißt, man kommt sehr schnell rein, was man da machen kann und welche von diesen Komponenten und welche von diesen Eigenschaften eigentlich relevant sind und welche vielleicht nicht so oft benötigt werden. Also ich fasse nochmal zu dem Inspektor zusammen. Die verschiedenen Objekte, die nennen sich übrigens in Unity Game-Objekte, die verschiedenen Game-Objekte haben unterschiedliche Komponenten. Das kann auch mehr als eine sein, das können auch ganz viele sein und diese Komponenten definieren letztendlich unser Objekt. Man kann auch Komponenten hinzufügen, um die Eigenschaften von meinem Objekt zu verändern. Kommen wir zu einem kleinen, aber nicht unwichtigen Bereich. Das sind hier oben links die Werkzeuge. So, die Werkzeuge benötige ich, um natürlich in der Szene zu navigieren, beziehungsweise die Objekte zu modifizieren. Damit man das besser sehen kann, fügen wir jetzt einfach mal ein kleines Dummy-Objekt ein. Ihr findet so Basic-Objekte hier oben bei Game-Objekt, 3D-Objekte und wir benutzen jetzt hier einfach mal einen Cube. Gut, dann fügt er einen Cube in die Szene ein. Ihr könnt dann theoretisch noch den Namen ändern und sagt hier, okay, Würfel, wie auch immer. So, und dann habt ihr einen Würfel hier in der Szene. Ihr könnt diesen Würfel dann verschieben, skalieren oder entsprechend positionieren überhaupt mit diesen Transformations-Tools. Da gibt es hier vorne die zwei Pfeile. Wenn ich die auswähle, ihr kennt das, wenn ihr ein 3D-Programm kennt, ist das natürlich nichts Neues. Könnt ihr hier diese Pfeile anwählen und mit den Pfeilen hier das Objekt im Raum verschieben. Dann gibt es das Rotationstool und es gibt das Skalierungstool, womit ich das Ganze skalieren kann. Entweder alle gemeinsam in der Mitte, alle Achsen oder eben eine einzelne Achse hier, indem ich einen einzelnen Anfasser benutze. Gut, und wenn ihr hier mal dann in den Inspektor schaut, während wir was verändern, dann seht ihr auch schon, ich klappe mal die anderen Komponenten hier zu, dann seht ihr auch schon, okay, sobald ich hier was verändere, verändern sich die Transformations-Eigenschaften in meinem Inspektor. Und wie man hier auch sieht, besteht der Würfel, also das 3D-Objekt, besteht jetzt auch nicht nur aus den Eigenschaften, die wir kennen, sondern es kommt jetzt noch die Komponente Cube, es kommt noch die Komponente Mesh-Renderer und ein Collider hinzu und so weiter. Aber auch das soll uns jetzt nicht irritieren. Gut, jetzt gehen wir hier oben die Tools weiter durch. Dann gibt es hier oben, das können wir kurz mal ignorieren, dann gibt es dieses Tool, das ist einfach eine Kombination aus den verschiedenen Einzeltools hier vorne, also Skalierung, Rotierung, Rotation und Position. Und hier hinten gibt es noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, worauf sich mein Objekt jetzt bezieht, also wo zum Beispiel der Nullpunkt oder der Schwerpunkt von meinem Objekt ist und ob ich mich aufs lokale Koordinatensystem oder das globale beziehe. Beides jetzt nicht so wichtig, gehe ich noch später drauf ein, wenn wir es brauchen. Okay, dann habt ihr die Möglichkeit, die Kamera, also eure Ansichtskamera, die wir quasi hier sehen, auch zu transformieren. Das macht ihr mit der Maus. Und zwar, wenn ihr jetzt die rechte Maustaste drückt und das Ganze bewegt, dann rotiert ihr um einen Mittelpunkt. Dann könnt ihr die mittlere Maustaste, also das Mauswheel drücken. Dann verschiebt ihr das Ganze, also die ganze Szene an sich, beziehungsweise was ihr eigentlich ja verändert, ist den Blickpunkt der Kamera, mit dem wir auf die Szene hier drauf gucken. Und ihr könnt auch noch mit dem Mauswheel ranzoomen oder wegzoomen an euer Objekt. Wenn wir jetzt die mittlere Maustaste drücken, wie ich gerade erklärt habe, dann sehen wir hier auch dieses Hand-Symbol. Das heißt, letztendlich macht die mittlere Maustaste nichts anderes, wie zwischen diesen beiden Tools zu wechseln. Also zwischen diesem Hand-Tool, also dem Verschiebe-Tool und dem, was aktuell gerade ausgewählt ist. Das heißt, ihr braucht letztendlich gar nie auf dieses Hand-Tool hier umzuschalten. So, kommen wir zum letzten kleinen Bereich, der für uns jetzt momentan wichtig ist. Das ist hier oben der Play-Button. Wenn ich auf Play gehe, dann startet Unity intern eine Simulation von allem, was ich bisher gemacht habe. Wenn ich jetzt nur statische Komponenten hier reingelegt habe, passiert natürlich erstmal gar nichts. Habe ich jetzt aber Animationen eingebaut oder Interaktivität, habe ich halt die Möglichkeit, hier direkt diese Sache zu testen. Relevant für meinen Test ist immer die Main-Kamera, also die hier. Jetzt habe ich die natürlich gerade so verschoben, dass man den Würfel gar nicht mehr sieht. Das heißt, ich müsste jetzt hier mal die Rotation wieder rückgängig machen. So, 0, 0 und hier mal auf minus 10. Ups, minus 10. So, hier ist mein Würfel wieder. Und wenn ich jetzt den Würfel noch auf Position 0, 0, 0 ausrichte, dann sehen wir schon, der ist jetzt auch wieder in der Mitte der Kamera. Und die Kamera ist auch wieder horizontal ausgerichtet. So, jetzt habe ich natürlich auch noch meine Lichtquelle ein bisschen verschoben. Also auch hier könnte ich jetzt die Rotation von der Lichtquelle ändern. Und dann würde er, das ist natürlich jetzt Quatsch hier, so, jetzt muss er schräg von oben kommen. Ja, und jetzt haben wir wieder eine normale Lichtsituation. Ihr seht auch schon, dass man die Eigenschaften, ihr kennt es wahrscheinlich auch wieder von 3D-Programmen, nicht nur hier über diese Tools ändern kann, sondern man kann sie auch hier direkt ändern, indem man hier die Parameter eingibt. Oder die dritte Möglichkeit, ihr könnt auch hier einfach vorne auf den Buchstaben gehen und mit der linken Maustaste links oder rechts ziehen, um diesen Wert zu erhöhen oder eben niedriger zu machen. Okay, das war es eigentlich so ganz grob zur Oberfläche. Das genügt, damit wir uns so ein bisschen da durchnavigieren können. Weitere Sachen, die wir brauchen, lernen wir dann im Laufe des Tutorials beziehungsweise vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht dafür. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ihr hin und wieder mal auf einen Knopf kommt und eure Ansicht verändert wird, weil ihr natürlich jetzt nicht alle dieser ganzen Punkte hier kennt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier auf 2D klickt, dann seht ihr schon, dann wechselt die Kamera urplötzlich auf eine 2D-Ansicht und ich kann hier gar nicht mehr 3D navigieren. Dann müsst ihr natürlich versuchen, hier wieder in die 3D-Ansicht zu kommen, indem ihr hier umschaltet. Aber ich hoffe mal, dass das nicht passiert und dass, wenn es passiert, ihr relativ schnell wieder zurückfindet. Gut, jetzt noch eine Sache zur Hierarchie hier. Es gibt ja diese verschiedenen Game-Objekte. Wenn ihr eins jetzt umbenennen wollt, habt ihr vielleicht vorhin mitgekriegt, könnt ihr einfach hier mit F2 das Ganze umbenennen oder wenn ihr ein Objekt löschen wollt, was wir nämlich jetzt hier mit dem Würfel machen, einfach anwählen und dann entsprechend die Entfernen-Taste drücken. Und dann ist das Objekt weg. Fein, dann haben wir hier jetzt wieder so eine halbwegs neutrale Ausgangslage mit einer Lichtquelle und einer Kamera und können loslegen. So, da wir jetzt natürlich für unsere AR-Anwendung noch ein 3D-Modell brauchen, was wir ja darstellen wollen in unserer App, würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt einfach ein 3D-Modell von Google Warehouse. Also einfach mal hier 3D-Warehouse eingeben und da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Google Warehouse ist die 3D-Modell-Datenbank von Google für ihre Anwendung SketchUp. Das heißt, man kann hier die Modelle hochladen und Leute können die runterladen. So eine Art Modell-Sharing. Und hier gibt es Millionen von Modellen zu allem möglichen. Und ich habe jetzt mal hier eins ausgewählt, so einen Blumentopf. Und den lade ich jetzt einfach mal runter. Dazu muss man sich in Google Warehouse anmelden. Ja, das kostet auch nichts. Einfach registrieren. Und wenn ihr dann ein Modell gefunden habt oder ihr wählt auch dieses hier, ich habe jetzt unter Flower einfach mal gesucht, dann hier auf Download und das Format Collada-File runterladen. Ich habe das dann schon gemacht und direkt mal auf den Desktop gelegt. So. Und ihr bekommt dann einen ZIP-File, den ihr entpacken müsst. Und diesen entpackten File einfach in Unity reinziehen, Drag-and-Drop-mäßig, hier unten in euer Asset-Ordner. So. Wenn ihr den dann reingezogen habt, dann erscheint der hier. Wir können den auch mal direkt umbenennen in Flower. So. Und wenn wir den öffnen, dann sehen wir auch, was da drin ist. Nämlich zum einen mal diverse hier Materialien für unser 3D-Modell und dann die Einzelteile des Modells selbst, aus was das Modell besteht. Also man sieht hier verschiedene Texturen und so kleine 3D-Elemente und, und, und. Je nachdem, wie SketchUp das eben ablegt, gibt es hier ganz, ganz viele Einzelteile oder auch nur eine große Oberfläche. Je nachdem. Das kommt ganz aufs Modell an. So, dann können wir das hier unten einfach wieder zuklappen und das Modell nehmen und hier oben in die Szene ziehen. Am besten positioniert ihr das Ganze hier direkt mal auf dem Punkt 0, 0, 0. Also das heißt hier dreimal die 0 eingeben. So. Und wie man hier sieht, ist die Skalierung auch etwas groß. Höchstwahrscheinlich müssen wir das später noch kleiner skalieren. Dann benennen wir das Ganze um. Am besten direkt hier in Flower oder so. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die wir erledigen müssen. Und zwar, wenn wir ein Modell von Google SketchUp, und das ist jetzt ganz speziell, gilt das nur für SketchUp, importieren in Unity, dann importiert er die Google Kamera, also die SketchUp Kamera mit. Die sehen wir hier, wenn wir das aufklappen. Und diese Kamera kollidiert gegebenenfalls mit unserer Kamera, die in der Szene drin ist, beziehungsweise macht eventuell Probleme später. Deshalb löschen wir die raus. Um die rauszulöschen, müssen wir hier bei Flower auf die rechte Maustaste Prefab Unpack Completely. Ihr habt gesehen, die Einzelteile von unserem 3D-Modell, die waren eben noch blau. Das heißt, die waren miteinander verknüpft. Und um einzelne Sachen löschen zu können, müssen wir diese Verknüpfung aufheben. Das haben wir gerade gemacht. Und jetzt können wir auch die Kamera löschen. Einfach anklicken und auf Entfernen gehen. Gut, unser Blumentopf steht. Der Blumentopf ist natürlich nur ein Platzhalter für alles Mögliche, was wir später im AR-Raum zeigen möchten. Das heißt, es kann genauso gut jetzt eine Animation sein oder eine ganze Szene mit mehreren Objekten und so weiter. Also kämen wir zu Fuforia, dem Plugin, den wir benutzen möchten, um AR in Unity möglich zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Fuforia-Webseite beziehungsweise wir suchen einfach unter Google mal Fuforia Developer und gehen auf das Fuforia Developer Portal. So, hier müsst ihr euch registrieren. Das ist kostenlos, denn die ganze Erstellung von AR-Markern und den Möglichkeiten, die Fuforia bietet, die funktioniert nur, wenn ihr dort eingeloggt seid. Okay, also hier mal einloggen und dann oben auf den Bereich Support klicken und hier auf Getting started with Fuforia. Dann scrollen wir runter, ein Stückchen. Da kommt dann dieses blaue Kästchen. Das klicken wir jetzt aber nicht, denn sonst installiert er den Download Manager und dann muss man GitHub installieren und so weiter. Jemand, der GitHub kennt, weiß das und so weiter. Was wir möchten, ist das Paket direkt runterladen und manuell in unser Unity integrieren. Das ist einfacher. Und zwar hier Fuforia Package Hosting for Unity. Einfach anklicken und dann ein Stückchen runter scrollen und hier gibt es irgendwo den Abschnitt Manual Installation, hier Download. Da könnt ihr dann den Link hier anklicken und dann hier oben rechts einfach auf die drei Punkte Download as Zip. Und dann seht ihr auch schon, dass das Paket nicht so klein ist, also so 140 MB und also somit ist das kein Download Manager, sondern das Komplettpaket. Ich habe das runtergeladene Paket jetzt mal hier auf den Desktop gelegt und entpackt hier unten dran. Das war ja ein Zip-Paket. Jetzt einfach hier oben in Unity selbst auf Windows Package Manager und hier könnt ihr jetzt alle möglichen zusätzlichen Erweiterungen für Unity installieren. Und da geht man einfach auf Plus Add Package from Disk und dann entsprechend dieses Zip-Paket auswählen, also nicht das Zip-Paket, sondern das Entpackte. Und in dem entpackten Ordner findet ihr dieses Package Chasen, diesen File hier. Den einfach auswählen und dann fängt er auch schon an, das Ganze zu installieren. So, neben dem Fuforia-Paket installieren wir jetzt noch zwei weitere Packages und zwar einmal, also zuerst müssen wir hier umschalten auf Unity Registry, um die ganzen Standard-Pakete angezeigt zu bekommen und wir suchen in den Paketen einfach etwas, was mit AR anfängt und hier gibt es ARKit, das heißt, das ist das Augmented Reality-Paket für Apple-Geräte und ARCore ist das gleiche für Android-Geräte. Und da Fuforia auf diese beiden Packages zugreift, ist es natürlich gut, die installiert zu haben. Einfach hier das erste anwählen und hier unten auf Install gehen. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, so, und das zweite. Ja, und dann können wir das Ganze einfach wieder schließen. Um nochmal ganz kurz auf Fuforia einzugehen, Fuforia bietet ja die Möglichkeit, verschiedene Dinge als Tracking zu benutzen. Also, die einfachste Variante, die man Fuforia benutzen kann oder die Standardvariante ist, mit Image-Targets zu arbeiten. Das heißt, zweidimensionale Bilder funktionieren als Tracker oder als Marker und lösen die 3D-Szene aus, die dann später entsprechend angezeigt wird. Das gibt es für einfache Targets, also einfach nur ganz normale Flächen, oder auch Multi-Targets, wie zum Beispiel einen Würfel, der aus mehreren glatten Flächen besteht. Das nächste wären dann hier Modell-Targets oder auch Objekt-Targets. Hier gelten als Vorlage oder hier werden als Vorlage 3D-Repräsentationen von einem bestimmten Objekt benutzt, wie zum Beispiel hier der Motorblock. Der Motorblock wird dann als Ganzes erkannt und hier die entsprechende AR-Szene eingeblendet oder über die Realität geblendet. Aber die Referenz ist letztendlich jetzt hier der Motorblock. Das gleiche hier bei den Objekt-Targets. Auch wird hier ein 3D-Objekt als Referenz benutzt, um eben die Szene zu erkennen bzw. das Objekt in der Realität zu erkennen, wobei die Vorlage hier ein 3D-Scan von meinem Objekt ist. Bei dem Motorblock war es eine Cut-Vorlage, also ein vorgefertigtes 3D-Modell und hier ist es eben ein 3D-Scan, der als Referenz benutzt wird. Aber die Technik ist im Prinzip dieselbe. Neben der Objekterkennung kann ich auch in Fuforia ganze Bereiche erkennen. Das nennt sich hier Environments. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit Area-Targets zu arbeiten. Area-Targets sind Komplett-Scans, also der ganzen Umgebung. Hier werden die Modelle oder die Scans von Matterport benutzt. Ist nicht so wichtig, kann man sich mal anschauen. Im Endeffekt sind es 3D-Scans des ganzen Raumes, sodass ich dann, egal wo ich stehe, in verschiedene Richtungen mit meiner Kamera schauen kann und das Gerät erkennt sofort, an welcher Stelle ich mich befinde, weil eben der komplette Raum als 3D-Repräsentation in dem System gespeichert ist. So, und zu guter Letzt jetzt hier noch die Ground-Plane-Erkennung, der Ikea-App oder auch von Pokémon Go, hier geht es im Endeffekt darum, dass das System die Bodenfläche erkennt oder eine waagerechte Fläche in meiner Kameraansicht und ich eben Objekte auf diese Fläche positionieren kann. Hier habe ich natürlich kein genaues Target, also keine genaue Stelle, an die mein Objekt positioniert wird, sondern ich kann einfach nur sagen, okay, das Objekt soll hier hin und dann kann ich es eben entsprechend noch verschieben im Nachhinein oder irgendwas damit machen. Bei Pokémon Go wird das Ganze natürlich mit GPS-Koordinaten kombiniert, das heißt, auch bei Pokémon Go liegen die Figuren oder findet man die Figuren zwar an speziellen Stellen, aber die sind nicht metergenau, sage ich jetzt mal, sondern die erscheinen einfach irgendwo plus minus so und so viel Meter an dieser GPS-Koordinate. Also das muss man im Kopf behalten. Bei der Groundplane-Erkennung geht es eben nicht darum, irgendwas exakt an eine bestimmte Stelle zu positionieren. Gut, so gehen wir wieder zurück in unsere Unity und schauen uns mal an, was nach der Installation hier passiert ist. Oben bei Game-Objekte gibt es jetzt einen weiteren Punkt, hier Fuforia-Elemente. Es gibt die Fuforia-Kamera, also die AR-Kamera, dann gibt es die verschiedenen Targets, von denen ich vorhin gesprochen habe, also Image-Targets, hier Cylinder-Targets, ist klar, Objekt-Targets und so weiter. Und dann gibt es natürlich hier Groundplane-Erkennung und so weiter und so fort. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die AR-Kamera. Die müssen wir der Szene hinzufügen und dann brauchen wir eben eine bestimmte Art von Target, das wir benutzen möchten. In unserem Falle wäre ja das das Image-Target. Das heißt, ich füge jetzt mal das Image-Target hinzu. Jetzt gibt es eine Fehlermeldung, die ignorieren wir einfach mal. Ich habe nämlich jetzt vorhin schon ein paar Sachen hinzugefügt und wieder weggenommen. So, und dann noch die AR-Kamera. So, leider war es das immer noch nicht mit den Fuforia-Einstellungen, die man vornehmen muss, um das Ganze zu benutzen, denn Fuforia erwartet, dass wir unsere aktuelle Unity-Version, also unser Projekt, an dem wir arbeiten, mit dem Fuforia-Account verknüpfen. Und das tun wir, indem wir hier auf die AR-Kamera klicken, dann hier unten in die Fuforia-Engine-Configuration gehen und hier gibt es jetzt einen Punkt License. Gut, wenn wir jetzt hier auf Add License klicken, dann kommen wir oder landen wir hier wieder im Browser in unserem Fuforia-Account. Ihr müsst natürlich wieder eingeloggt sein und so weiter. So, und jetzt gibt es hier zwei ganz wichtige Punkte. Einmal den License Manager und einmal den Target Manager. Der License Manager verwaltet quasi die Lizenzen, die ihr für Fuforia beantragen müsst, um das benutzen zu können. Das heißt, ihr würdet hier einfach auf Get Developer Key gehen, dann könnt ihr der Lizenz einen Namen geben, sagen wir einfach mal AR-Test. So, und dann könnt ihr hier akzeptieren und auf Confirm gehen und dann wird euch auch direkt hier so eine Lizenz erzeugt. Wenn ihr die Lizenz dann anklickt, dann landet ihr hier. Das ist der Lizenz-Code, den könnt ihr einfach anwählen, linke Maus, dann wird das in die Zwischenablage kopiert und ihr könnt zu Unity wechseln, hier, und das Ganze hier bei App License Key reinkopieren, einfach auf Paste, Steuerung V. Gut, das war der eine Schritt, den man machen muss und der zweite Schritt sind eben die Bild-Datenbanken. Also, hier der Target Manager einfach mal anwählen und dann sehen wir schon, es gibt hier so eine Art Datenbank. Die Datenbank beschreibt später die einzelnen Targets, die ihr einbauen möchtet. Die werden in der Datenbank gespeichert und können dann in Unity importiert werden. Also, ich habe jetzt hier schon eine Datenbank angelegt, beziehungsweise ich konnte die irgendwie nicht mehr löschen. Ich glaube, wenn ihr die erste angelegt habt, dann könnt ihr die zwar umbenennen, aber nicht mehr rauslöschen. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Und ihr legt mit Add Database einfach eine Datenbank an. Ihr lasst standardmäßig baut. Ansonsten habt ihr eine Cloud Lizenz beziehungsweise dann braucht ihr eben immer eine Internetverbindung, um auf eure Targets zuzugreifen. Das wollen wir natürlich jetzt hier nicht. Ansonsten wird es direkt aufs Device lokal gespeichert. Ich mache das mal. Ich gehe mal hier in die Datenbank rein, die es ja schon gibt. Und innerhalb der Datenbank, das könnt ihr so jetzt brauchen wir natürlich noch ein Target und ich benutze dazu jetzt einfach mal hier diese kleine Postkarte, diese Artcard, die mir so ein Berliner Straßenkünstler mal in die Hand gedrückt hat und scanne diese Karte ein beziehungsweise mache einfach mal ein Foto davon. Ihr könnt natürlich benutzen, was ihr wollt, also welches Target auch immer. Es sollte nur nicht zu symmetrisch sein und so kontrastreich wie möglich. Denn ihr seht gleich, was er an diesem Target analysiert und welche markanten Stellen für ihn wichtig sind. Ich füge das jetzt mal ein. Hier also auf Add Target. Dann muss ich auswählen, welcher Typ von Target das Ganze ist. Wir haben ein Bild, ein einzelnes Bild. Ich wähle das Bild aus. So Frieda. Hier muss man angeben, wie die Einheiten, also Bildgröße im Verhältnis zur realen Größe sind. Das können wir aber später auch noch in Unity selbst machen, also von daher hier einfach nur die 1 eingeben und dann auf Add. Dann fügt er dieses Bild jetzt meiner Datenbank hinzu und es erscheint hier unten. Dann wird es analysiert von dem System. Sobald das fertig ist, erscheint hier vorne die Vorschau und hier hinten erscheint ein Rating. Das Rating ist natürlich kein Bild Rating, wie cool euer Bild ist, sondern ein Rating, wie gut das Bild als Tracker funktioniert. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ihr könnt hin und wieder mal so auf Refresh klicken. In dem Moment, wo das erschienen ist, so die Vorschau, könnt ihr dann hier auch drauf klicken. Dann kommt ihr hier in das Bild rein. Und das eigentlich Interessante ist, dass ihr hier auf Show Feature gehen könnt und ihr bekommt dann direkt angezeigt, welche markanten Punkte er an diesem Bild herausgefunden hat. Also das sind die eigentlichen Tracking Punkte in dem Bild. Je mehr es von diesen markanten Stellen in dem Bild gibt, umso höher ist das Rating. Also wir haben jetzt hier vier Sterne, das ist okay noch, fünf wäre Lüsten. So, dann bin ich jetzt wieder zurück hier in die Übersicht. Ich könnte natürlich hier mehrere Bilder eingeben, aber eins genügt uns ja jetzt im Moment. Dann gehe ich auf Download Database und wähle hier einfach den Unity Editor aus. Download und was ihr dann bekommt, sieht man hier nämlich ein File, auch wieder ein Unity Paket mit eurer Datenbank darin. Also der Name der Datenbank Package. Das könnt ihr wie jedes Paket einfach installieren, indem ihr es hier wieder in euren Ordner zieht. Und ähnlich wie vorhin bei Fuforia geht dann hier auf, aus welchen Teilen das Ganze besteht und ihr könnt hier auf Import klicken. Gut, jetzt wäre es mal an der Zeit, das Ganze abzuspeichern. Also hier oben direkt mal auf File und Save und auf Save Project zu gehen. Was mich jetzt die ganze Zeit beschäftigt hat, war der Punkt hier unten, warum die Fehlermeldungen kommen. Das hat mich jetzt ganz schön viel Zeit gekostet, das mal rauszukriegen. Und zwar liegt das tatsächlich mal wieder an der Unity Version bzw. an der Kompatibilität zwischen Unity und Fuforia. Das ist leider oft ein bisschen ein Problem, da Unity öfters neue Versionen rausbringt und Fuforia da so ein bisschen hinterherzieht etc. Und das macht hier die Fehlermeldung. Das heißt, um das Problem zu lösen, ich werde auch vorne nochmal einen Text einblenden, am Anfang vom Tutorial. Aber falls ihr das verpasst habt und die aktuelle Version installiert habt, die Lösung ist ganz einfach und zwar hier bei Installation nicht die aktuelle Version nehmen, sondern die von 2020 Ich habe jetzt hier die 2020.3.7 und wenn ich dann das Projekt ich kann es auch so lassen wie es ist ich öffne es aber einfach mit dieser 2020 Version so das heißt er macht jetzt quasi ein Downgrade naja jetzt ist es natürlich offen das muss ich vorher schließen so ich habe es geschlossen ich öffne das nochmal neu confirm ja und dann sieht man hier dass das Ganze jetzt funktioniert wir können diese anfänglichen Fehlermeldungen die kommen die können wir direkt mit clear löschen das hängt einfach mit dem downgrade hier zusammen und wenn man danach irgendwas anklickt zum Beispiel auf die AR Kamera da kam ja vorher noch eine Fehlermeldung die kommt jetzt nicht mehr ihr könnt das ganze auch abspeichern jetzt und gegebenenfalls schließen und wieder öffnen und es kommt auch keine neue Fehlermeldung ok das wäre das machen wir mit fuforia weiter und zwar mit dem image target wir haben ja hier unser image target das sollte auf 0 sein so und wir hatten ja schon die database die datenbank mit unseren images also in dem falle nur 1 eingeladen und dieses möchten wir jetzt auswählen das heißt wir gehen jetzt hier auf image target dann auf den zweiten punkt image target behavior dann wählen wir hier aus from database my database und hier dann frida beziehungsweise natürlich eure namen die ihr habt so und nachdem wir jetzt hier für das target unser bild ausgewählt haben müssen wir noch die größe definieren also ihm sagen wie groß eigentlich unser target ist sprich unsere reale postkarte in dem falle die ich jetzt gerade benutze und dazu klappen wir hier advanced auf und hier gibt es die größenangaben für unser target also wie groß ist jetzt eigentlich das target in der realität die 1 also eine einheit in unity entspricht einem meter das heißt unser target ist momentan vermeintlich ein meter lang oder ein meter breit in dem falle das ist natürlich quatsch die postkarte ist ungefähr 10 cm breit das heißt wir können hier jetzt umschalten und einfach sagen 0,1 dann skaliert er automatisch die andere richtung mit 0,14 also 14 cm so passt das dann und ja das war es hier eigentlich von den grundeinstellungen für unser image target jetzt gehen wir nochmal zurück in die szene so hier liegt unser image target wir gucken es uns mal an doppelklicken und trotzdem sieht man es hier jetzt noch nicht das heißt wir müssen mal ein bisschen näher rangehen und dann das ganze etwas schwenken rechte maustaste dann könnt ihr so um dieses target rumschwenken dann mit der mittleren maustaste verschieben wieder schwenken verschieben so und dann sieht man schon okay hier ist das target aber es ist eben super klein eigentlich ist aber das target nicht zu klein sondern unser modell ist viel zu groß ich erwähnte das ja am anfang dass dieser import von von sketchup man weiß halt nie wie groß das modell angelegt wurde und wie groß die einheiten im verhältnis zueinander stimmen oder stehen das bedeutet unser modell ist riesig wir wissen ja eine einheit ein meter und so weiter das heißt unser modell ist irgendwie 40 50 meter groß theoretisch also von der skalierung her also müssen wir unser modell kleiner skalieren indem wir einfach hier auf flower gehen und bei der skalierung hier eine entsprechende größe eingeben ich habe das schon mal ausprobiert bei mir liegt das ungefähr bei 0,007 das gebe ich jetzt mal ein dann sieht man es auch schon ja dann sehen wir wenn wir jetzt nochmal hier an den blumentopf ranzoomen dann sehen wir jetzt passt das ungefähr es hat ein bisschen größere größe als die postkarte als nächstes nehmen wir unser image target und drehen es erstmal beziehungsweise legen es flach auf den tisch das heißt wir ändern hier die rotation von minus 90 auf 0 so jetzt liegt es da und dann nehmen wir den blumentopf hier oben anwählen übrigens vielleicht habt ihr schon gemerkt wenn man den topf hier anwählt dann springt der im modell auf irgendeine unter auf ein unter modell das heißt ihr müsst dieses modell immer hier oben anfassen aber das dürfte euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein so dann hier auf die karte ziehen und einfach mittig auf dem nullpunkt ausrichten alles klar dann kommen wir zum nächsten aber eigentlich wichtigsten schritt nämlich wir müssen das modell dem target unterordnen denn es kann ja sein dass in der szene mehrere modelle mit mehreren targets sind und er muss ja wissen welches target zu welchem modell gehört also nehmen wir einfach die blume und ziehen die auf unser image target drauf jetzt wird die automatisch an das target geparentet das heißt von der position her erscheint dieser blumentopf immer genau an dieser stelle an der jetzt hier die karte liegt wenn also im raum mehrere targets wären und die kamera schwenkt durch die gegend dann weiß er okay wenn ich zu target 1 komme erscheint dieses modell wenn ich zu tage 2 komme erscheint dieses modell und so weiter dann noch eine kleine anmerkung nicht irritieren lassen wenn hier im späteren verlauf des videos ein anderer wert steht ich habe diese skalierung nachträglich gemacht und erst später an die stelle hier in das video eingefügt das heißt diese zahlen können hier später mal ein bisschen abweichen am ende ist aber das die richtige skalierung so das war's eigentlich jetzt alles andere macht dann später fuforia wir werfen jetzt gleich noch die main kamera raus denn die augmented reality kamera von fuforia übernimmt dann später den job von der main kamera und die ar kamera passt sich automatisch über das tracking von dem bild also von meinem image target der position des benutzers im raum an und von daher kann die kamera dann bzw kann fuforia dann errechnen wo sich jetzt gerade die kamera befindet im bezug zu dem target wir können jetzt gerade noch ein zwei grundeinstellungen prüfen die ganz wichtig wären dass die aktiviert sind und zwar zum einen gehen wir noch mal in die kamera einstellungen und dann hier in die fuforia konfiguration hier scrollen wir nach unten und versichern uns dass hier bei device tracker track device pose angewählt ist und dass hier auch dieses include ar core library aktiviert ist hier unten sehen wir dass man zum testen von dem ganzen auch seine webcam benutzen kann ich habe jetzt dummerweise keine webcam hier dran aber ihr könnt es direkt mal testen wenn ihr am laptop seid und zwar hier einfach webcam eingestellt lassen und dann exportieren wir das ganze gleich und dann könnt ihr es direkt über die webcam testen indem ihr das image target vor die webcam haltet und dann sollte eigentlich der blumentopf erscheinen also testet das ganze mal indem ihr hier die main kamera deaktiviert einfach hier den kleinen haken raus machen dann ist sie weg und wird auch nicht mehr zur berechnung benutzt und dann einfach hier oben auf play gehen so hier jetzt mal der test mit der kamera wir sehen hier links die karte und da ist unser blumentopf also ihr seht unser kleiner webcam test hat direkt funktioniert wir haben noch so ein bisschen bewegungen in der figur drin gehabt das liegt einfach an den bedingungen weil ich hier jetzt keine webcam benutzt habe sondern mein handy was ich über eine wlan verbindung mit einer speziellen software auf den rechner streame und nur eine bestimmte auflösung dazu gelassen wird und das zweite ist das licht hier ist sehr sehr diffus und ja so halb dunkel ist natürlich auch schwer für bild tracking so jetzt gibt es noch eine sache eine einstellung die wir in der kamera machen sollten um das tracking noch weiter zu stabilisieren und zwar gehen wir dazu auf ar kamera und hier unten auf fuforia behavior da ist normalerweise standardmäßig eingestellt first target das heißt immer wenn er ein target findet dann setzt er den nullpunkt der welt auf dieses target das kann es dann natürlich etwas instabil machen weil er ständig die die welt neu ausrichten muss quasi und der bessere und stabilere weg wäre es hier unten auf specific target zu gehen und da dann unser image target auszuwählen gut wenn ihr das ausgewählt habt einfach wieder zu machen und das war es auch schon tja dann kommt jetzt leider mal wieder ein bisschen trockener teil nämlich die ganzen export voraussetzungen die man braucht um irgendwas von unity als apk für android zu exportieren das gute ist wenn ihr das einmal gemacht habt dann braucht ihr das nie wieder zu machen also nie wieder bis ihr eben unity noch mal löscht und wieder neu drauf spielt aber die grundeinstellungen bleiben grundsätzlich in unity gespeichert also legen wir los zuerst mal gehen wir hier oben unter edit hier unten in die preferences da auf external tools und dann scrollen wir ganz nach unten hier sind dann drei wichtige punkte einmal den jdk den android sdk und android ndk die müssen alle drei vorhanden sein ansonsten funktioniert das grundsätzlich nicht falls eins davon fehlt weil es nicht von unity direkt installiert wurde dann müsst ihr es entweder über unity installieren ihr habt ja gesehen bei der unity installation konnte man einstellen welche komponenten installiert werden sollen und da kann man eben auch den android sdk installieren wollt ihr auf nummer sicher gehen dass auch alles funktioniert ist die einfachste variante ihr ladet einfach und installiert den android studio sdk denn findet ihr in dem ihr android sdk download eingibt und dann kommt ihr hier auch schon auf die seite von android da könnt ihr dann android studio runterladen das ist die entwicklungsumgebung von android und dann einfach installieren wenn ihr dann android studio installiert habt ich habe das jetzt hier schon gemacht und startet das ganze dann bekommt ihr hier diesen startbildschirm der kann jetzt ein bisschen anders aussehen je nach version ihr könnt dann hier unten auf configure gehen und hier in die settings rein so in den settings findet ihr dann hier unter system settings android sdk die verschiedenen android versionen die installiert werden und standardmäßig habt ihr gegebenenfalls nur die aktuellste oder irgendeine bestimmte version da drauf was bedeutet das das bedeutet wenn irgendjemand mit einem gerät was nicht android 9 oder 10 oder was auch immer ist zu eurem unity später kommt und das starten möchte funktioniert es nicht das bedeutet ihr müsst selbst entscheiden ab welcher version eure app nutzbar ist und diese versionen die ihr alle möchtet nämlich jetzt hier zum beispiel 7 7 1 und so weiter und so fort alle die müsst ihr im prinzip installieren das dauert dann auch eine zeit lang also ihr könnt ihr dann anhaken und auf apply gehen und dann installiert er eben die verschiedenen android versionen und pakete ihr könnt auch sagen okay ich gehe immer bloß von der neuesten version aus dadurch schließt ihr natürlich ältere handys aus also für die ar geschichte würde ich empfehlen naja so ab version 7 oder so so ich gehe jetzt hier noch mal raus also noch mal die installationszeit der pakete ist relativ lang also es kann wirklich bis zu 10 15 minuten dauern das ist recht ungewöhnlich für so installationen gut wenn alles richtig gelaufen ist dann habt ihr eben euer android installiert dann müsst ihr gegebenenfalls noch den pfad zu eurem android paket verknüpfen wenn er es nicht automatisch gefunden hat und dann sollte alles soweit funktionieren und hier richtig eingestellt sein dann können wir dieses fenster noch mal schließen und wir gehen hier oben auf file und dann hier auf die bild settings hier stellt man zwei sachen ein zum einen legt man fest welche szenen eigentlich exportiert werden sollen man kann in unity das ist jetzt für uns nicht so wichtig aber prinzipiell kann man ein spiel oder eine anwendung in viele verschiedene szenen also in verschiedene teile aufteilen das bedeutet wenn ihr irgendwas habt was viele viele modelle benötigt oder ja viele assets benötigt dann könnt ihr wie so einzelne kapitel machen bei dem immer ein teil entladen und was neues geladen wird indem ihr das in einzelne szenen packt ok wir wollen jetzt aber nur die szene mit in unseren bild reinpacken die jetzt gerade aktuell offen ist also sprich add open scene sample scene gut das zweite ist die plattform auf die exportiert wird wir sehen hier schon wir können auf alle möglichen plattformen exportieren jetzt stellen wir natürlich einfach hier android ein gut dann gehen wir auf die player settings und jetzt muss man speziell für fuforia in diesem falle das muss man natürlich wissen noch ein zwei sondereinstellungen machen das eine ist vor allem mal hier hier sieht man ja die graphics api also ganz egal was das jetzt ist ja also die die grafische unterstützung dieses vulcan das muss man rauswerfen das kollidiert nämlich manchmal mit unserem fuforia also weg damit dann scrollen wir runter und hier kann man jetzt einstellen was die minimum ap levels sind also das bedeutet wie alt das gerät sein darf damit diese anwendung noch drauf läuft gut das wäre das dann stellen wir hier die dort net version auf net 40 um so und das war's eigentlich schon das einzige was wir noch überprüfen müssen das ist auch ganz wichtig sonst gibt es gegebenenfalls eine fehlermeldung und zwar kann man hier oben wenn man ganz hoch scrollt den company name und den product name einstellen und diese beiden bezeichnungen hier die müssen mit der bezeichnung hier unten im bereich other settings müssen die mit dieser namens geschichte hier übereinstimmen das heißt die syntax hier muss sein com doppelpunkt company name nicht doppelpunkt also com punkt company name punkt und dann der product name sollten hier oben irgendwelche leerzeichen drin sein oder eine andere bezeichnung müsst ihr das unbedingt ändern oder hier eben einen ganz anderen namen eingeben dann gehen wir hier raus schließen das fenster dann einfach hier unten auf bild klicken und euren apk namen auswählen also ich habe das jetzt hier einfach mal my first ar genannt und natürlich den speicherort dem falle hier auf dem desktop der eigentliche export dauert ungefähr naja so fast eine minute je nachdem wie viele in der szene drin habt und dann habt ihr eure eigene stand alone anwendung also eine apk die ihr aufs handy schieben und installieren könnt danach könnt ihr dieses fenster hier wieder schließen und ihr habt eure apk auf dem desktop oder wo auch immer ihr sie hingespeichert habt liegen kommen wir zum letzten punkt nämlich wie bekomme ich eigentlich meine apk auf mein mobiles endgerät also auf mein handy gut dazu müsst ihr verschiedene schritte vornehmen der erste schritt ist ihr müsst das handy zuerst mal in den entwickler modus schalten denn den entwickler modus brauche ich um überhaupt zugriff auf meine dateistruktur von dem handy von außen machen zu können also darauf zugreifen zu können dazu geht ihr in einstellungen rechts unten jetzt bei mir hier das sieht natürlich bei jedem handy beziehungsweise bei jeder android version ein bisschen anders aus dann gibt es einen punkt der heißt über das telefon also so diese ganzen informationen und in dem punkt gibt es dann die bildnummer also hier auf diese bildnummer könnt ihr draufklicken ihr müsst mehrfach hintereinander drauf tippen ich tippe jetzt ein paar mal drauf und nach dem vierten fünften mal geht jetzt auf einmal der passwort entsperrung screen auf den seht ihr jetzt nicht aus sicherheitsgründen wird er nicht übertragen aber hier könnt ihr jetzt wieder eure pinnummer eingeben also die die ihr einfach zum öffnen des des screens braucht gebe ich jetzt mal ein natürlich direkt vertippt hier so und dann sieht man hier unten es poppt ganz kurz auf sie sind jetzt ein entwickler jetzt hat das handy in den entwickler modus geschaltet gut wir sehen das erstmal gar nicht aber wenn wir hier zurückgehen und dann hier unten in system und aktualisieren gehen dann gibt es jetzt hier auf einmal die entwickler option also da ja da können wir jetzt draufklicken und dann kommen wir in ein komplett neues menü mit ganz ganz vielen einstellungs möglichkeiten die man normalerweise nicht sehen würde so und der einzig wichtige punkt oder einer von den wichtigen punkten ist hier unten stückchen runter scrollen das usb debugging ja und dieses usb debugging das müsst ihr aktivieren und zulassen und jetzt habt ihr über usb die möglichkeit auf die dateistruktur von eurem handy zuzugreifen so und dann zeige ich auch mal gleich was passiert wenn man jetzt hier den pc mit dem usb kabel mit dem handy verbindet so dann startet natürlich zuerst mal hier der ladevorgang wenn ich den jetzt mal weg klicke und in meine direkt nachrichten gehe gibt es hier natürlich hier meine nachricht laden per usb da kann ich dann draufklicken und jetzt habe ich die möglichkeit die ich normalerweise nicht habe nämlich auf dateien übertragen zu gehen wenn ich das dann aktiviert habe und wieder hier raus gehe so dann habe ich vollen zugriff auf meine dateistruktur so dann habe ich jetzt hier gerade mal alles auf dem desktop angeordnet wir sehen also jetzt hier den explorer und wir sehen dass hier mein handy angezeigt wird das ist noch ganz normal aber erst wenn wir usb debugging aktiviert haben können wir im explorer in die struktur des handys wirklich rein gehen ja ich habe also jetzt hier einfach mal den internen speicher aufgeklappt und dann sehen wir hier ist meine struktur das heißt ich kann jetzt ganz normal meine apk app wie ich es in windows gewohnt bin nehmen drag and drop mäßig hier in irgendeinen ordner reinziehen ich benutze jetzt einfach mal den download ordner um das hier abzulegen und jetzt hat er die datei rüber kopiert gut jetzt möchten wir das ganze installieren ganz einfach das heißt wir gehen jetzt wieder auf euer auf unser handy und gehen in eine in einer app die mit der ich auf die dateien zugreifen kann das wäre jetzt hier bei mir diese datei app so das ist glaube ich eine standard app die in android dabei ist ansonsten müsst ihr eben irgendwas installieren mit dem ihr auf eure datei struktur zugreifen könnt hier wird mir jetzt direkt angezeigt was ich als letztes installiert habe nämlich hier diese my first apk ansonsten müsstet ihr hier oben über die datei ordner dann entsprechend auf die auf den entsprechenden download ordner zugreifen ok ich wähle die app dann an und dann kann ich sagen installieren so dann kommt natürlich eine warnung das wird glaube ich direkt von von google play geblockt das ist gar kein ich bin jetzt nicht ganz sicher ob das jetzt mein viren scanner blockiert oder ob das von google direkt blockiert wird ich glaube das wird von google blockiert das heißt was heißt blockiert also es wird ich werde gewarnt gut ich sage dann trotzdem installieren ich weiß ja woher die app kommt nämlich von mir und gehe dann einfach nach der installation direkt auf öffnen und dann öffnet er hier meine meine selbst erstellte apk beim ersten mal öffnen möchte er natürlich die zugriffsrechte also sprich auf die kamera und auf die fotos zugreifen das sage ich ok und dann bin ich eben hier in meinem modus kann auch hier direkt schärfe ja und habe auch dann direkt hier meinen blumentopf also noch mal zusammengefasst um eine apk auf euer handy zu installieren müsst ihr in den entwickler modus dann müsst ihr das usb debugging aktivieren und dann müsst ihr via usb kabel die datei rüber ziehen und die installation zulassen gegebenenfalls müsst ihr noch eine einstellung vornehmen bei den grundeinstellungen das grundsätzlich überhaupt ja installation zugelassen werden kann sein dass das jetzt bei mir schon eingeschaltet ist und dass es bei euch noch erscheint also so eine sicherheitsmeldung dass installation grundsätzlich nicht zugelassen werden dann müsst ihr eben diese einstellung die dann auf poppt auch noch aktivieren und sagen ja es soll zugelassen werden ok das war's ihr habt jetzt eure standalone apk auf eurem handy drauf ja noch mal ein zwei finale worte zu dem ganzen es waren jetzt relativ viele schritte vor allem wenn man das noch gar nicht kennt und sich vielleicht auch noch null in unity auskennt man muss aber bedenken dass eben viele dieser schritte wirklich nur einmalig vorgenommen werden wie zum beispiel das ganze einrichten von dem android also dem android developer kit und so weiter aber auch wie bekomme ich meine dateien aufs handy das richtet man einmal ein und dann ist es einfach später nur noch kabel anschließen drag and drop und fertig das heißt letztendlich wenn man den prozess einmal durchlaufen hat kann man sich ab dann wirklich auf den content in unity konzentrieren alles andere ist da nur noch nebensache okay ich hoffe es hat ein bisschen gefallen wir werden in weiteren schritten dann mal noch auf andere möglichkeiten infoforia eingehen und ja auch mit ground plane detection und so weiter